Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Eigentlich kann man das Spiel oder das Spiel von das Spiel viel zu schnell durch. Obwohl ich in jeder Höhle war, habe ich nach ungefähr, ich schätze mal 35 Folgen, das Spiel durch. Wie groß diese Höhle jetzt hier ist oder wird, das ehrlich gesagt weiß ich nicht. Wir haben leider nicht mal alle Passagiere gefunden. Ich hoffe, die finden wir hier noch in dieser Höhle. 39 von 43. Das wäre ja ein Träumchen, wenn ich hier mit gehe. Oh ne, die man niemals gedrückt, wenn ich das irgendwas verpackt ist und der wegwirft. Das wäre wirklich ein Traum, wenn ich jetzt noch die letzten vier finde. Guck mal. Nicht so schön. Nicht so schön. Gut. Guck mal. Er ist hier. Allesamt. Jawohl. Ah, Moment mal. Äh, Brandpfeil, wie war das? Geil. Der ist ja ganz hinten. Brandpfeil. Da hinten ist er halt, den sehe ich selber kaum. Ach, geil. Ich habe ihn selber kaum gesehen. Und ja, ich kann jetzt eigentlich nur noch. Scheiße, ist sie weit geflogen. Ja. 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 Haar... Guuuut. Ich würde sagen, wir müssen runter. Sie beten uns noch an, weil wir rot sind, aber, das ignoriere ich, was nehmen wir, was nehmen wir, wegen Trinken, Trinken, sehr schön. Haben wir auch noch mal eine schöne Schnitze-Party gehabt. Was erwartet uns denn jetzt? Ich weiß ganz genau, dass ich hier runter springen kann und genau im Wasser lande und ganz, 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 ganz schnell unten bin, ohne... Ganz den Wege zu gehen. Da unten sitzt einer. Kann ich euch den zeigen? Spitze, von der anderen Spitze. Da, da sitzt einer. Ich würde sagen, dass da einer sitzt. Krass, okay. So, wie man hier sieht. Gut, daher ist ein Desplays, werde ich den richtigen Weg nehmen. Weil, ja, okay. Im Multiplayer bin ich einmal runtergesprungen und er so, hast du irgendein Hack oder ein Feed? Kann man aber auch nur machen, wenn man wirklich weiß, wo man hinspringen muss. Und nicht einfach... Das ist eine Hand. Das ist eine Hand. Und wir haben doch schon alle Hände. Ich brauche einen Fuß noch. Oder findet man in der Höhle nochmal das komplett... Das wäre doof. Sorry, aber das wäre wirklich doof. Okay, ich trinke nochmal zwei Dosen. Eigentlich nur... Achso, das ist schon mal. Ah, diese dämlichen Babys. Ich hoffe, nur die Babys. Verdammt. Verdammt. Oh, Gott. Oh, Frau. Oh, Frau. Oh. So. Hier ist die Lamidkammer. Flares. Flagnis. Hier war Schuppert. Oh, ich hab's hier. Hier kommen wir runter. Gucken wir mal ganz kurz hier. Geh mal kurz hier runter, weil's nicht so tief ist. Ähm. 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 Ein Sprengloch. War das nicht so, das Letzte? Oh. Ist das jetzt? Das ist jetzt. Gut, ich hätte es absolut nicht erkannt auf dem Foto. Absolut nicht. Wahrscheinlich sogar weniger wie gar nicht. Hier ist nix, wa? Ne. Doch. Oh. Restraining Ordner. Hier liegt die Taschlampe. Jetzt will ich das ausprobieren. Tak. 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 Und die Taschlampe ist ja jetzt weg. Tch. Geil. Jetzt ist die Tasche cool. Ich esse mal. So. So. Ja. Gehen wir jetzt wieder zurück zur Kletterwand. Ja. Wir gehen jetzt hier lang. Wir dürfen jetzt hier nichts übersehen. Weil wir haben doch einiges nicht. Wir haben den Pedometer nicht. Oh. Der Pedometer. Der Schrittzähler sage ich jetzt einfach. Heißt auch so. Also ist tatsächlich dann auch der Schrittzähler. Der Pedometer. Ich muss jetzt kurz mal aufpassen auf meine Minuten vom Video. Tach. 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 Weg mit euch sein. Ihr müssen weg. So. Peinlich. Oh ja, das kennen wir. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Was kann ich jetzt leider noch nicht erkennen. Wie gesagt, vielleicht ist das auch gar nicht die Höhle, wo der Pedometer ist. Aber ich glaube zu langsam erkenne ich doch die Höhle wieder. Aber ich kann leider, wenn ich das Licht ausmache, ist es bestimmt viel zu dunkel. Für mich geht es. Es tut mir leid, dass ich jetzt das Licht mal auslasse. Aber nur deswegen. Das ist jetzt leider auch nicht. Ich habe das Licht. Ich habe das Licht. Ja. Ahhhh. Keine Ausdauer mehr. Ohne uns verstecken zu können haben wir es ganz gut hier gekriegt würde ich sagen. Ich habe trotzdem schon ein hartes Stück gerade. Das ist ein hartes Stück. Geh! Geh! Zeit! Lüüüüüüüüüüü! Wo wir schon stand. Einfach so, 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 so erwartungsvoll so... Da schlägt er nochmal. Aber wir sind nicht mehr rot! Unschön! Durch das Wasser jetzt, wo wir durchgelaufen sind. Triple! Geil! Rüstung dagegen? Kann ich jetzt noch gar nichts sagen. Da ist wenig weggegangen. Ich kenne das aus für jede Wette. Ich nehme natürlich meins wieder. Tennis-Outfit, ja geil. Wir haben Tennis-Outfit, Piloten-Uniform und Bademantel. Das ist cool. Diese, diese, wo ich sage, das sind hier diese kleinen Issa-X. Aber richtig geil. Jetzt habe ich nur eine Frage. Hier müsste noch einiges sein. Zum Finden. Also auf jeden Fall, zwei Sachen. Müssten hier sein. Mindestens zwei Sachen. Und zwar, ist jetzt egal, ich sage es jetzt einfach. Einmal der Pedometer und einmal ein Tennis. Was? Eine Tennis-Geule. Ach so, hier vorne sind auch noch Dächer. Hier habe ich so gar nicht realisiert. Ja, Tennis-Geule haben wir. Da ist noch irgendwas unterm Boden. Da ist noch eine Tennis, die wir hier haben. Der Schrittzielle würde mir jetzt aber auch, ehrlich gesagt, schon zünnig weg. Geil. Nicht, dass ich ihn irgendwie übersiehe. Ja gut, den Tennis-Liga haben wir. Da. Geschwindigkeit Herrscher angeboten. Klar. Schade. Oder haben wir den schon aufgesammelt? Ja. Ah, das ist jetzt wieder ein Platz-Typ gewesen. Wir haben alle! Ne, zwei nicht. Eblanz. Timmy. Ach. Eblanz oder sowas. Das bin ich! Ich bin... Die T... T ist dann Timmy und ich heiß E. Okay. Huh. Ich wusste gar nicht, dass der... Was das da... Was unser Name da auch mit drauf steht. Ich finde es cool, dass wir alle haben. Ich will mal kurz gucken, was mir das... Ich sag mal, gebackert. Nichts. Einfach nur ein Strich. Ich finde einen Hinten. Weg in den Kessel. Das tun wir bald noch. Erkunde Höhle. Im Abgrund. Ich denke mal, das ist auch da. Erkunde Kraterhöhle. Und... Erkunde Höhle... Auf Felsvorsprung. Okay. Was klingelt hier? Und mein Handy. Fuck. Jetzt nicht mehr. Na gut. Ähm. Verdammt. Hey, ist schon so spät? Ach, verdammt. Das Video geht auch schon lange. Ohhhh. Ich dachte, es wäre noch kein um 13 Uhr jetzt. So geht die Zeit so schnell rum, wenn man spielt. Scheiße. Verdammt alles. Ich muss los. Ohhhh. Ich wollte drei, vier Folgen machen jetzt und nicht zwei. Nein. Ich glaube, die Folge ging zwar ganz schon lange. Ich hoffe nicht zu lange. Und? Ich muss was zum Speichern finden. Das ist das Wichtigere. Ich hoffe, hier war ein Zelt. Ich nehme euch nochmal kurz mit. Ganz unten ist auf jeden Fall ein Zelt. Das weiß ich. nicht. Aber hier war glaube ich keins. Da muss ich mir halt ein probesorisches Teil bauen. Ärgerlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Zeit so schnell rum geht. Na selbstverständlich. Gut. Ich werde mich da jetzt hinstellen. Und dann werden wir uns da im nächsten Video wiedersehen. Und es tut mir wirklich leid. Ich habe die Uhr und so die Zeit komplett außer Augen gelassen. Und trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren. Und mich gibt auch noch oben und treibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Ciao.